Auswärtserfolg für den HZD heute in Langnau und Dominik Egli hat sein 1.Gal geschossen. Was hat es so schwierig gemacht gegen die Langnauer heute zu gewinnen? Ich glaube, jedes Mal, wenn wir hierhin kommen, ist es schwierig. Ich glaube, sie sind sehr hartnäckig, sie spielen sehr einfaches Hockey und wir haben vielleicht wieder in den ersten zwei Drittel zu viel wollen und ein bisschen zu schwierig spielen. Aber ja, schlussendlich sind es drei Punkte wie die anderen, für die wir hauptsächlich drei Punkte. V.a. bei euch, der Express kommt langsam, aber sicher in die Rolle, oder? Ja, ich glaube, wir hatten ein bisschen schwieriges Saison. Ich glaube, wir sind nicht immer schlecht gespielt, aber sicher nicht so, wie wir wollten. Und jetzt kommen wir langsam ins Rollen. Ich glaube, das letzte Spiel gegen Zug war ein sehr guter Match von uns. Heute war es wieder ein okay Match, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Merci beaucoup. Merci. Tschüss zusammen.